Das ist ein ganz wichtiges Wort. Das heißt, Straßen, Schädennetz, Verkehrsnetz, Telekommunikationsnetz, Bauchinfrastruktur, Schulen. Schädennetz, Verkehrsnetz, 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 Bauchinfrastruktur, und für die nicht so leistungsstark sind, gibt es dann auch noch die Hauptschulen. Also wir haben ja eine Bildungsinfrastruktur, übrigens, nicht zu vergessen. Wir haben in Wiesbaden noch viele berufliche Schulen. Ja, wir sind da oben in der Urhebenstraße-Berufschulzentrum. Das ist doch ein ganz wichtiger Zweig der Bildungsinfrastruktur für einen jungen Menschen, der alle, der erkennt, ach, ich bin zum theoretischer Typ, in dem man praktischer Typ mit meines Kindes weiter. Vielen Dank.